Neue Runde, neues Glück auf Mirage! Mirage ist toll, ich mag Mirage, also ich mag Mirage wirklich, wenn man ein Team hat, was das spielen kann. Der Nachteil dabei ist immer, dass viele Leute Mirage die ganzen Smokes nicht bashen und die sind eigentlich meiner Meinung nach echt wichtig, um auf A zu kommen. Man kann halt sehr gut haushalten. Mein Haushalt ist für mich ein Counter-Strike, äh, AIMEN. Kein Haushalt ist AIMEN. Das ist ganz wichtig. Aber man hat ein Skill. Man kann einen Skill hat, das ist verloren. Das ist halt so, das sind Siehle. Da muss man ein Haus halten können. Ist keiner auf Mirage wieder sehr gut. Ich muss ihn hier in der Mitte. Wer soll hacken? Ich kommentiere das jetzt mal nicht, oder? Was für das denn? Als wenn das Spiel schon vorgespult hat. Out of nowhere. Fast zur Hölle. Das muss man nicht verstehen. Ist da oben. Alter, das wird die Kacke. Warum ist es weh? Mach mal so. Ah, wunderbar. Natürlich, wer Krieg auf ASG, ich anderpass. Weil B offen ist. So. Wow. Die boosten sich doch. Das hört man. Bist du dämlich? Oh. Der feine Herr. Alter. Warum ist es in der Anzeige eine fucking Diegel? Wer hat einen Revolver in der Hand gehabt. Wer hat ja da einen Revolver in der Hand. Guck gerade die ganze Zeit auf die CTs. Töpferung, feiern. Töpferung, feiern. Er hat ja links, rechts. So mag ich das. Oh. Fünf Kugeln. Nimm doch. Mit den fünf Kugeln schaffst du das nicht mehr. Oh. Rob Flash verkackt. Er war besser halt präzise selbst im Lauf. Das war so eine Zeit. Hat er die leider gehört? Das habe ich aber nicht beachtet, aber könnte, könnte, könnte. Erective, hässlichster Revolver ever, ey. Die Schritte des Elefanten, ey. Ja, vielleicht hat er hier mal Wards. Der M flexelt noch mal nur in Ordnung. Wir müssen aber alle rausdroppen, gemeinsam. Wie kacke er ist. Also. Weiß ich nicht. Was macht er denn? Was, was war das? Was, was bringt ihm das? Also entweder er ist einfach nur kacke und lackt sich einen zusammen. Oder er hat Warhack und ist noch beschissener. Ey, ich weiß, wie die zu spielen spielen. Die Skins sind cool. Ne, ne, ne HE. Erstmal die HE geworfen. Ja. Das wird's bringen. Ja, der weiß das doch. Kann doch keiner erzählen. Warum sollte er denn da jetzt hinnehmen, wenn ich... War halt, Warhack. Der Bot hat nie Negev. Das ist alles, Mates. Warhack. 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 Jakob, wer ist da oben drüber? Die Nate oben drüber. Was macht er da? Er bewegt sich nur links und rechts. Woher? Barm eden dich! Ich gehe nicht. Cooglie-Style! Feig auf den Kopf und kann puis 얘 сек того. Was machen wir es so, das ist CC macht mehr...? Hoppar, steig in v.Age. Woher ist dein... Cooglie-Style! Cooglie-Style! Gehe kühn ins Negevendement. aten Corten greifen alles! Oh, da hat echt jemanden so auffällig rum. Er ist offiziell richtig kacke. Ah, bitte lass ihn rein triggern, ey. Bitte. Ich fapp hier rum, ey. Wie in einem Dragonball-Kampf, ey. Immer mehr am Umschreiben, bis man... Alter! Scheiße! Was ist das? Was ist das für eine Smoke? Damit ihn kurz nicht sieht? Oder... Ja, definitiv. Macht auch ein bisschen Rauch auf die Trink-Einstellung, auf Entfernung. Alter, er ist der... ...behindertste Spieler, den dieses Spiel... ...die Hochwälder bitte noch aimen. Du hast den Molotow aufgesammelt. Oh, ich... ...brech ins... Werf doch den Molotow gegen die Kante vom Pfeiler! Um die Ecke! Du Spacko! Oh! Und jetzt? Was macht der denn da? Hat der jetzt den Hack alles eingestellt? Oder hat der jetzt bestimmt auch ein Millikum gewurschtelt? Was? Was? Du hast schon mal die Pflanze auf dem Dach angezündet? Ey, ich mag kein Moos auf dem Dach, ey. Ich schieße es mit einem Molotow. Ich schieße es mit einem Molotow. Ich schieße es mit einem Molotow. Ich mache nichts los, Feier. Nö, nö, nö. Also, Aim-Hack würde ich sagen, hat er nicht. Hat einfach nur Wall-Hack. So. Das... Moos... Gah, das 2! Das... ...staub 2 auch genannt. Wie soll man sagen, eine sehr schöne Map. Ich mag sie, es ist anstrengend zu spielen, wenn Mates nicht callen. Jaaa... So, das... Bei der bei ruht ja einfach die Taktik darauf, dass die Leute Anlagen halten. Geil! Das... Was ist das? Was? Hä? Hä? Nochmal! Jaaa! Guck mal! Jaaa, gucke mal. Jetzt! So 15,11. Stopp. Best am Team! Flute! Es flutet wieder Ich würde sagen, das war gut. Mitte unten, Katastrophen, ich reg mich so auf, dass ich nicht Katastrophen sagen kann Wenn man mit nicht deutschen Spiegel so, die nicht wissen was Katastrophen ist, wenn man in Panik Katastrophen raushaut und alle so, what, long, no, lower, upper, whatever Flut, Flut, Flute 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 fände ich, ich bin Flute 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 Hellig, aber da hat jemand an. Da weiß jemand mehr als er wissen soll, und er war, ey, ich warte hin. Ich hab ja auch einfach alle gerippt. Es flute sein Maid, sein Zweipel, ja, räum zwei gegen das Team auf, jetzt auf einmal. Ach, Flute. Ah, Kiwi. Ich hab' mal schön reingeflasht, ey. Ach, Bunny hopp doch, du ranziger Mongo. Ja, ja genau, ja. Ah. Throwing a grenade. Grenade out. Throwing fire. Throwing a grenade. Hat er jemanden? Walls? Eichelartig. Sehr, sehr eichelartig. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Oh, er hat er eigentlich flankt, aber hart. So, adjust your hack. Witzig, wir werden jetzt wieder full AP. Alter, so mad kann man nicht sein. Er ist mad. Ja, ich hab' grad' gefeiert. Ich hab' gefeiert, ich hab' gefeiert. Ach. Nee, er hat auf'm Boden. Brrrrr. Schön nach'm Timeout. Na komm. Ohne Spoke mach ich mir da gar nix mehr. Ach, der wird close double dosen voll damit rechnen. Keine Ahnung. Mh. Lang. Du musst neben deinem Maid stehen, nicht vor deinem Maid, danke. Sie sich ne scheiß Schrieg gibt, da ist ein Gegner, du siehst. Warum dreht er sich dann weg, ey? Alter Schwede, ist der kacke. Ja, andere auf jeden Fall, ne? Okay. Flashback. Incendiary out. Throwing a flashback. Grenade. Hm. Er macht fast nur Headshotsgefüge, ne? Ein Drittel, ne? Oh, da war Bunnyhop den Berg hoch. Das hab ich gesehen. Da hat er mich nicht wirklich abgebremst. Ich glaub er ist sogar noch schneller geworden. Jetzt ist er mad. Grenade. I'll throw you a Grenade. Und der M-Bot nur in die Halsschule, jetzt ist er mad, jetzt ist er volle Programm, ey. Ja, da ist jemand richtig mad. Mad wie ein Madbrötchen. Ja, dieses Jumpen drei, vier Mal, das war mir vielleicht unsuspekt. Das ist toll. Und das ist meistert. Wie ist es zu erzählen? Ich bin mir wieder im Vorstell.